Zwieg macht du auch einen? Nein. Aha! Seid ihr bereit für dieses Duell? Die erste Frage nennt mir drei Songs von Kanye West. Fellas. Fünf, vier, drei. Ich muss fritzen. Digga, es brennt. Drei Dinge, die ihr auf eine einsame Insel bündet. Esser, Schoenasser, Flaschen. Vier, drei. Nenn mir drei Dinge, die du in deinen Arsch schieben könntest. Dünne Bananenbülle. Drei. Das sind drei Dinge, die du in deinen Arsch schieben kannst. Das sind drei Dinge. Das ist scheinbar. Buche die drei Dinge. Das zählt. Drei Dinge, die du in deinen Arsch schieben kannst. In dein Arsch. Bro, du schieb immer zur Falle in deinen Arsch. Bro, es ist mir nur ein Verlaut. Was? Ich hab gesagt, drei Dinge, die du in deinen Arsch schieben kannst. Kannst du nicht in meinen Arsch schieben. Ne Gurke. Ja, bisschen weg. Wenn du auch nichts hast, rektest du dir, Sato. Bro, ich weiß nicht, wir können sich jetzt nicht... Wir können sich jetzt nicht... Ja, Bro, ich hab ehrlich gesagt, ich hab das selber gedacht. Ja, geht auf, Boss. Oh, Digga. Ah, Junge. Nennen wir drei Dinge, die schmäler sind, als Duis Augen. Schmäler. Fünf, vier, drei, zwei... Was war das? Schrauschen im Kopf. Ja, aber das hast du nicht gesagt. Nein, 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 dafür gibt's einen Begriff. Wie heißt das denn? Weiß ich doch nicht. Nein, du musst nicht hinnehmen, komm her. Digga, es ist herzeste... Grüß dich willkommen. Wir sind schon bei der rechten Runde. Nennen wir drei Sexpositionen. Doggy, Kauffeur und Bettrappe. Ja! Alex ist tot. Ja, ich hab die Frage löscht. Ich hab die Frage löscht. Bro, Skill-Issue. Ja, ich hab die Frage löscht. So, ich bin genauso, ich hab die Frage löscht. Ich hab die Frage löscht. Warte mal. Jetzt bin ich selbst. Ich hab die Frage löscht. Ich bin echt willkommen. Vielen Dank.